Ja, Jesus, wir sollen als erstes zuerst immer zu dir gehen, in dein Reich, ins Himmelreich, in uns. Aber wir sollen auch womöglich immer bei dir bleiben. Wir sollen also üben, möglichst in deiner Gegenwart zu bleiben oder deine Gegenwart zu spüren. Du bist ja immer bei uns. Alle Tage bis ans Ende unseres Lebens auf der Erde, aber auch drüben, hoffe ich, wünsche ich. Aber du lässt uns den freien Willen. Du lässt uns laufen hinaus in die Welt und die Welt verlockt uns immer wieder, zieht uns immer wieder an sich. Das Karussell läuft immer schneller, das uns immer wieder hinaustreibt und es erfordert immer mehr Gewalt, umzukehren. Uns nach innen zu wenden. Noch dazu, dass man von dieser Innenwelt eben nichts merkt oder die meisten nichts merken. Viele sie sogar verleugnen, völlig ignorieren. Ganz wenige sind es noch, die von Seele überhaupt eine Ahnung haben, davon reden. Nicht einmal die Theologen, die Pfarrer, die haben die Seele auch abgeschafft, wie die Psychologen, die Wissenschaftler. Für die Menschen existiert heute nur mehr der Kopf, die Materie, das Geld, die Welt. Viele laufen noch in die Kirche, weil es üblich ist, als Gewohnheit. Wer kennt dich noch wirklich oder er kennt dich noch? Und du bist nur im Inneren zu finden. Dein Reich ist nicht von dieser Welt. Du bist in dieser Welt nicht zu finden. Wenn wir dich finden wollen, müssen wir nach innen gehen. In unser Herz. Nur dort bist du zu finden. Aber nur du allein kannst uns wirklich ins Herz zum Vater. Der Vater ist in unserem Herz. Für niemand kommt zum Vater, außer durch dich, als Jesus, als Sohn. Niemand kommt zum Vater, wenn der Vater ihn nicht sieht. So bitten wir dich, Jesus, als unser Vater. Zieh uns weg von der Welt und zieh uns hinein zu dir jetzt, wo wir zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Zieh jeden von uns wirklich an dein Herz. Lass uns deine Gegenwart wirklich spüren. Lass uns womöglich innen, mit unseren inneren Augen, mit den seelischen Augen, dein Antlitz sehen, deinen Atem spüren, deinen Herz schlagen. Es ist ja dein Herz, deine Liebe, die in uns, in jedem von uns schlägt, die uns trägt. Du allein bist das Leben. Ohne dich gibt es kein Leben. Aber die Menschen leben heute ganz gut scheinbar dahin ohne dich. Sie können dich leicht verleugnen und verachten, weil sie scheinbar auch ohne dich ganz gut leben können. Sie können ruhig lachen über die, die noch an dich glauben. Die glauben, dass du wirklich das Leben bist. Dass ohne dich nichts geht. Dass es ohne dich kein Leben gibt. Dass du wirklich das Leben selbst bist. Es ist wirklich für einen gebildeten, verbildeten Menschen sehr, sehr schwer zu glauben. Weil er ja sieht, dass die Menschen, die völlig gottlos sind, keinen Gott glauben. An kein Leben der Seele. Gar nicht Leben nach dem Tod glauben. Die nur an den Körper, an die Materie glauben. Und glauben, dass so etwas wie Seele vielleicht eben nur Ausfluss des Gehirns ist. Also nach dem Tod aus ist. Was sollen wir gegen die sagen? Wir haben nichts in der Hand. Keine Beweise. Die haben alle Beweise in der Hand gegen uns. Wir sind völlig hilflos, ohnmächtig. Ohne dich. Du bist unsere einzige Hilfe. Jesus, hilf uns. Hilf uns, in dieser Welt so zu leben, wie es dein Wille ist, dir zu dienen. Lass uns dein Werkzeug sein. Zeuge sein der Werke, die du uns und durch uns tutst. Lass uns auch Zeuge sein der Worte, die du in unser Herz hineinsprichst. Und durch uns, durch zu unseren Mitmenschen. So wenn es dein Wille ist, auch sprichst du jetzt zu uns, in uns. Und lass dein Wort weiterfließen zu all den Seelen, die mit uns verbunden sind. Diesseits und jenseits. Dein Wille geschehe. Allzeit und allerorts, hier und überall. Amen. Ja, ihr als meine Kinder habt es wirklich nicht so leicht jetzt auf dieser Erde, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Ihr braucht wirklich einen starken Glauben. Glauben, dass ich, Jesus Christus, wirklich existiere. Nicht nur eine erfundene Figur der Bibel bin. Viele Theologen, Wissenschaftler glauben heute, dass ich als Mensch überhaupt nicht existiert habe. Dass ich nur eine Erfindung des Paulus sei. Paulus hat das Christentum begründet. Also das Christentum begründet sich nicht auf Jesus Christus, sondern auf Paulus. Das ist die Meinung der heutigen Theologen der Wissenschaft. Diesen Jesus Christus nehmen sie nur als Galleonsfigur, als Aushängeschild quasi. Für dies Christentum, das sie sich zurechtgezimmert haben in ihren Köpfen. Sie holen sich aus der Bibel, aus diesen sogenannten Heiligen Schriften, auch nur das heraus, was in ihren Verstand hineinpasst, in ihr System, in ihre Konzeption vom Christentum, von Kirche. Sie haben sich einen Stellvertäter Gottes in Rom aufgezogen, aufgepäppelt quasi, großgezogen, in den sie sich hängen, und an seine Vasallen, an Kardinäle, Bischöfe, Priester, die sie ernannt haben nach ihm. Ich bin überflüssig. Mich braucht niemand mehr in dieser Gesellschaft, auch nicht in der Kirche. Es läuft alles so. Es ist alles organisiert. So organisiert, dass es den Menschen irgendwie gefällt, damit sie nicht alle Anhänger verlieren. Es wird den Menschen nach dem Mund geredet, die Bibel auch nach ihren Vorstellungen ausgelegt, mit der Welt, damit sie mit der Welt konform gehen. Konzil haben sie festgelegt, dass eben mein Reich von dieser Welt sei. Es geht darum, eben in dieser Welt quasi gute Werke zu verrichten. Die Mutter Therese ist ihr hohes Ideal. Mein Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt, von dem spricht kein Mensch mehr. Ihr Reich ist eben von dieser Welt. Und auch ihr jetziges Christentum ist von dieser Welt. Keiner mehr kümmert sich um die andere Welt, um ein Jenseits. Du musst hier in dieser Welt Christ sein, nicht erst im Jenseits, im Himmel. An diesen Himmel oder Hülle oder Fegefeuer, wie sie es genannt haben, glaubt doch keiner mehr. Wenn dann nur aus Gewohnheit so, aber wirklich daran glauben. Es glaubt heute fast jeder, dass es aus ist nach dem Tod. Es wird öffentlich, offiziell vertreten. Glaubensmeinung. Der ganze Mensch stirbt. Das ist eure ganz Tod-Theologie. Dabei meinen sie sich, auf die Bibel oder auf das Juden-Christentum berufen zu müssen. Im Juden-Christentum gibt es keine Seele. Nur den ganzen Menschen. Und wenn er stirbt, ist der ganze Mensch tot. Früher redeten sie noch von einer Auferstehung des Fleisches und der Auferstehung der Toten. Daran glaubt aber in Wirklichkeit niemand mehr. Keiner kann sich vorstellen, wie das sein sollte, diese Auferstehung von den Toten. Wo gehen dann die alle hin, wenn alle Toten auferstehen würden? Es wird da sehr vernünftig und sehr intellektuell und sehr gescheit geredet, argumentiert. Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Versucht euch mit meiner Hilfe wirklich zu lösen von all diesem Denken, Reden, Tun, was heute die Welt beherrscht. Von diesem Glauben, der im sogenannten Christentum geglaubt wird, von diesen Dogmen, von diesen Leersätzen, diesen Konzeptionen, die sie noch so gescheit und vernünftig aufgebaut haben. Versucht euch von all dem zu lösen. All dies hat sich in euer Denken, in euer Bewusstsein, wie ihr es nennt, eingegraben. Es liegt quasi in der Luft. Jeder weiß so quasi, was man heute denkt oder denken darf und was nicht, damit man up to date oder wenn man nicht up to date ist, muss man upgedatet werden, wie ihr sagt. Man ist auf den höchsten Stand oder auf den letzten Stand der Dinge, auf den letzten Stand des Denkens, was heute üblich ist, was man eben so denkt. Und jeder, der nicht so denkt, wie alle denken, den schiebt man beiseite. Das ist ein Spinner, ein Querdenker, ein Querulant. Früher hätte man ihn verbrannt. Heute wird einfach so mundtot gemacht. Man redet nicht mehr. Man geht ihm wo möglich oder man soll ihm aus dem Weg gehen. Das ist unbequem. Provozierte Menschen. Macht Unruhe. Ihr wollt eure Ruhe haben. Ihr wollt euren Schlaf in eurem Christentum dahin träumen. Und ihr glaubt ja, dass nach dem Tod dann der ewige Schlaf, wo der eben aus ist. Dass es wirklich ein Leben, eine Aktivität, ein wirkliches Leben nach dem Tod gibt. Wer glaubt das wirklich? Glaubt vielleicht immer so einen Seelenschlaf. Ihr glaubt das, weil ihr jetzt schon eure Seelen schlafen, beziehungsweise halb oder ganz tot sind. Und es braucht einen dringenden Rüttler, damit eure Seelen wach werden. Und dieser Rüttler wird kommen, auch von außen. Das Erdbeben sind Feuer, alles mögliche, Unfälle oder Katastrophen. Das sind alles Rüttler, die euch vielleicht noch einige wenige noch wach rütteln können. Die meisten lassen sich auch von diesen Rüttlern, von diesen äußeren Katastrophen nicht wach rütteln. Geben dann noch so einem Gott, den es vielleicht noch irgendwo gibt, die Schuld, dass er so etwas zulässt. Wie kann Gott so etwas zulassen, wenn er schon die Liebe sein soll? Wie kann er Erdbeben, Katastrophen, Seuchen, Krankheiten zulassen? Wie kann er zulassen, dass Menschen sterben, Kinder sterben? Ihr wollt doch ewig leben, aber nicht im Himmel, im Jenseits, sondern auf dieser Erde wollt ihr ewig leben. Ihr versucht, dieses Leben hier auf der Erde hinauszuziehen, zu verlängern, soweit es möglich ist, mit eurer Kunst, der ärztlichen Kunst, wie ihr es nennt, und so weiter. Viele glauben daran, dass sich die ärztliche Kunst so weit entwickeln wird, dass ihr dann wirklich ewig oder wenigstens 100, 150 Jahre alt werden wollt. Ihr wollt ewig auf dieser Erde leben. Dabei ist diese Erde eine Schule fürs Jenseits. Hier sollt ihr eure Seele, euren Geist, euren inneren Geist ausbilden, diesen Funken in euch entwickeln, durch die Liebe, durch meine Anleitung, Liebe, Gott, euer alles und Nächsten wie dich selbst. Und dann soll dieser Geist die Seele durchdringen. Ihr als Seele müsst euch jeden Augenblick entscheiden, für diesen Geist, für Gott oder für die Welt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, aber ihr wollt es euch mit dieser Welt nicht verscherzen. Ihr glaubt, ihr lebt ja von dieser Welt und ihr braucht auch dieses Geld, um in der Welt zu leben. Ihr glaubt in Wirklichkeit viel mehr an das Geld als an Gott. Dieses Geld ist euer Gott. Dies ist es, was ihr glaubt, dass ihr unbedingt zum Leben braucht. Ohne Geld glaubt, ihr könnt ja nicht leben. Wer glaubt heute schon, dass er ohne Geld leben könnte. Ohne Gott könnt ihr gut leben. Aber ohne Geld geht nichts, gar nichts. Könnt ihr nicht einkaufen, habt ihr nichts zum Essen, dann werdet ihr verhungern. Das glaubt heute jeder. Ihr könnt ihm das auch nicht ausreden, weil das kann er ja nachweisen. Wenn so ein Weltmensch schon mehrere Tage oder länger nichts isst, dann stirbt er. Wer glaubt denn schon, dass dieser Gott wirklich einen Menschen am Leben erhalten könnte oder würde, wenn er nichts isst, nichts trinkt? Wer glaubt das wirklich, dass Gott noch so eine Macht hätte, hier in diese Welt einzugreifen und einem Menschen auch ohne Nahrung am Leben zu halten? Wer glaubt, dass wirklich Gott die einzige wirkliche Nahrung ist und das Leben gibt? Wer glaubt das schon? Prüft euch einmal ehrlich, was ihr wirklich glaubt. Ob dieser Gott für euch wirklich eine Wirklichkeit noch ist, dass er wirkt, dass er heute noch wirkt? Glaubt ihr daran, dass er auch in euch oder durch euch wirken kann? Ihr sollt der Werkzeuge sein dieses Gottes. Ihr sollt nur Zeugen sein, nicht die Macher, nicht die Werker. Gott allein ist der Werker. Ihr sollt ihn in euch und durch euch wirken lassen, eure Hände reichen, eure Füße, euren Mund und vor allem euer Herz sollt ihr ihm schenken. Ihr sollt ihn im Herzen ergreifen und im Herzen Wirklichkeit werden lassen. Prüfet euch, was wirklich, wirklich ist, woran ihr wirklich glaubt. Was ist wirklich eure Wirklichkeit? Prüfet euch einmal ganz ehrlich. Entscheidet euch, was eure Wirklichkeit ist. Geist oder die Materie? Die Innenwelt oder die Außenwelt? Meine Welt ist die innerste Welt, der Geist in euch, euer Herz. Die äußere Welt ist die Welt des Satans, Luzifers, meines Gegenspielers. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder dient ihr mir, Jesus Christus, oder ihr dient dem Satan, dieser Welt. Er ist der Fürst, der Herr dieser äußeren, materiellen Welt. Es ist jeden Augenblick keine Entscheidung gefordert von euch, wofür ihr euch entscheidet. Es ist euer frei Wille. Kein Gott, aber auch kein Teufel. Kein Satan kann euch diesen freien Willen nehmen. Ihr habt keine Ausrede, dass der Satan euch gezwungen hat, für ihn zu leben in dieser Welt, sich für ihn zu entscheiden. Es ist euer frei Wille. Ihr seid jeden Augenblick, an jedem Ort, zu jeder Zeit frei, euch für Gott oder den Satan, für Geist oder die Materie zu entscheiden. So entscheidet euch, überlegt es euch gut, wem ihr wirklich dienen wollt, was eure Wirklichkeit ist. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020